Und da hinten ist er Ponyhof. So, jetzt durch die... Ach, scheiße. Fallenladen und reparieren. Die kommen schon. Das sieht jetzt nie aus. Das kann ich mal lassen. So. Aber nichtsdestotrotz... Ich mache jetzt noch ein paar Ballisterbolzen. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. So. Wo kann ich denn herstellen? Ich würde es auch noch machen. Das war noch 130. Es da haben. So. Gut. Das war wieder die blöde Vorhut. So, reparaturtechnisch. Ich glaube, da machen wir besser mal noch Reparatur. Die muss ich noch aufwerten. Wir haben die Waffe in die Hand. Ich glaube, da machen wir besser. 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 Also zur nächsten Nacht muss ich auf jeden Fall hier ein Flammbewerfer montiert haben. Das ist schon eine Nummer, was hier kommt. Das ist schon ein Flammbewerfer. 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 Okay, also es nimmt weniger Schaden als ich vermutet habe. Ich dachte, dass hier mehr Schaden entsteht. Das war eigentlich ganz gut so. Das ist gefährlich, was ich hier mache. Das ist schon ein Flammbewerfer. 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 Tschüss. Zweck. Oh, Alter. Oh, das war gut, dass der Hulak voll ist, der Arsch. Da vorne will irgendwas leer sein, weil die so schnell durchkommen, die Jungs da. Nee, das ist alles voll. Und wo die Sterne hier, ne? Nee, das ist auch noch voll. Die sind leer. Ach gut, die andere sind noch. So, gut. Was ist das? Nee, die 2 Uhr Welle kommt noch. Mensch. Das scheiß Ding, das kriege ich so schlecht ins Ding, in der Fokus. Das ist alles. Bom, es gibt ein Tick-Ton hier. das ist gut von sich aus schon da runter die brauchen ja mich nicht dazu aber ich seh schon ich brauch viel verziehen aber die sind nicht nicht am ende der hier ist leer das dürfte es gewesen sein oder das ding das krieg ich so schwer in dem fokus hier ich bin froh wenn ich die scheiße hier auf strom habe ich würde sagen die nacht ist souverän gelaufen nichts kaputt war jetzt doch relativ entspannt sind eigentlich die aus gut die hier die die nur dazu dass der konzern bieter hinten durchläuft deswegen habe ich die dahin gestellt aber hier hinten ist nämlich offen die könnten dann nämlich eine abkürzung laufen die freunde und da habe ich gerade ach siehst du die falle hier habe ich vergessen ständig nachzufüllen da geht immer irgendwie unter aber gut man ja kaum benutzt dann würde ich sagen freunde ich gehe jetzt doch ein bisserl ne ich gehe jetzt nicht noch ein bisserl ich würde sagen wir kümmern uns mal langsam um strom und aufwertungen das müsste platin fundamente geben also unkaputt war das kann man jetzt lassen aufladen was geladen ist ist geladen so ich würde sagen wir kümmern uns jetzt gleich mal um strom was wir uns da oben weiter ausbreiten erst mal gucken lerntechnisch okay ich möchte das hier nein die haben sie es doch das hier möchte ich haben das hier möchte ich haben das hier möchte ich haben des weiteren brauche ich das hier das hat noch ein bisschen zeit dann möchte ich brauche ich denn dafür 90 und dafür 100 abbrechen so weil ich möchte jetzt noch hier rein was ist das hier wir haben ja unser laser schwert dann kürze muss ich dann hier auf ausweichen und das ganze zeugs gehen hier abwehrschwerte und so weiter kann man wieder was vor uns habe ich noch irgendwie hier was ausdauer generation forschen dann müssen wir dann auch mal hier so also hier geht es weiter hier müssen wir auf stein auf werden dann dann ich was zement holen machen wir mal schon hier ein paar stück okay das war's so also strom ganz ganz wichtig strom brauchen wir langsam das heißt wir bauen hier nicht zu weit vor an die wand dann wegen diesen verkackten stein äh baumwerfer das heißt wir werden hier bleiben hier werden wir vielleicht noch eine reihe haben wir ja schon ran setzen und dann auch da schluss dann gehen wir lieber nochmal mit der treppe hoch und nochmal zurück das wird ja nicht so weit an die wände kommen dass uns diese typen da nicht alles weg werfen so also wir brauchen batterien da würde ich sagen wir stellen die batterien da hinten hin ne wir stellen die batterie da vorne hin wo stellen wir die batterie hin ich würde sagen die stellen wir hier in die Mitte da stehen sie ein bisschen sicherer würde ich sagen da machen wir die batterie da hin So, für die Batterien brauchen wir, 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 auch diesmal setze ich wieder auf Windräder und lasse diese Solarpanels wieder weniger erstmal außen vor. Wir brauchen Stecker und zweimal Batterie. Stecker und zweimal Batterie. So, Wartungskits müssen wir auch noch bauen. So, Stecker und Batterie. Und nun ist dappischer Beil weg. So, so. So, so. Plastik, Gummi. So, machen wir. Ich würde sagen, zweimal Stecker herstellen. Und viermal Batterie. Da brauchen wir jetzt noch zweimal Cooper und viermal Eisen. Und das Ding muss ich ja langsam hochholen. So, so. Das ist mein Leben, ja. So. habe ich etwas das kann raus das kann raus haben wir noch das hier aus kann so die ballista bolzen tue ich auch mal hier raus 12 also zweimal batterie ich muss wirklich mal gucken herstellen 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 so dann brauchen wir acht mal die batterien würde ich dann einmal ihr wisst ich stehe auch auf einigermaßen schön ich hasse wer meine mit ihnen ist die folgen zieht der weiß ich hasse also wir haben auch die eko perspektive wie war das p sollte erstmal reichen was brauche ich fürs upgrade das kann ich noch nicht oder elektrische platte da muss ich jetzt mal update machen für dieses update brauchen wir einmal motor da brauchen wir noch zweimal eisen und zweimal kubeler zweimal eisen herstellen herstellen erstellen herstellen zu der schwere dieses tapische teil da in der hand das blöde bein okay was war es noch dreimal platine möchte ich noch welche haben und ich könnte das ja merken einmal sicherung weißen waren das war es stahlplatten oder stahlstangen fünf stück so nein nein und die haben das doch geändert ich würde meine hand verwenden gut jetzt muss ich ja jetzt nicht auf werden bis zur höchsten stufe weil da wir eh nur noch dieses funk gerät zeugs ach scheiße ne ich kann es herstellen cool schließen ne ich kann es nicht herstellen doch wieso konnte ich habe wieso konnte ich jetzt nicht bauen oder habe ich es gebaut habe ich das jetzt gebaut wieso kann ich jetzt nein scheiße kräfte baum ist einmal elektronischer stromkreis und brauchen wir einmal den dildo brauchen wir einmal den dildo da brauche ich jetzt zu so einmal den dildo da noch zweimal die stahl äh die die dinger hier so und was war es und noch zweimal stahlstange so ach das nicht die stufe 3 von dem die ane die hier ne brauchen wir nicht auf stufe 3 aber die hier schon also dann brauchen wir das teil hier herstellen noch und so zwei stück brauche ich da und zweimal elektronische platte herstellen und zweimal brauche ich jetzt noch mal ist das teuer ist das teuer so zwei stück Es fehlt uns ein Kupferring. Zwei Kupferringe. Ich muss dieses Ding da hochholen. Echt? Ich muss das Ding da hochholen. Ganz, 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 ganz wichtig. So. Gut. Das brauchen wir, ich würde sagen, drei Windräder müssten reichen für den Anfang. Die müssten dicke reichen. Ähm, da brauchen wir dreimal Stecker, dreimal Motor. So, wie, das habe ich ein Bein in der Hand. So, dreimal Stecker. Und Motor. So, komm, mach mal hier die blöden, mach mal 30 Stück für so eine Scheißdinger. Äh, scheiße. Was war es noch? Alter, ich habe doch wirklich Demenz, oder? Ich glaube, Kupferringe waren es. So. Also. Herstellen, 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 herstellen. Herstellen, herstellen, herstellen. So. Dann brauchen wir... Nägel und Stahlplatten. Nägel. Habe ich noch Stahlplatten? Nee, ne? So. Nägel. Nägel. Und Stahlplatten. 30. Wie viel haben wir? 10, also noch 20. Scheiße. Nee, oder? Ja, im Ernst jetzt? Keine Äste mehr? Nein. Tatsächlich keine Äste mehr. Nein. Tatsächlich keine Äste mehr. Aber macht nichts. Dann mache ich wenigstens noch hier jetzt die Verbindung. Dass die schon mal anfangen zu laden. So. So. Herstellen. Und dann brauchen wir... Ich würde sagen... Wir machen zweimal... So. T-Numro 5. Das war hier schon mal... Ähm... Die Batterien laden, ne? So. Dann laden die schon mal wenigstens und wir gehen jetzt Äste holen. Vorher packe ich aber erst mal alles raus. Wenn ich jetzt das Inventar auch noch voll mache mit Kupfer und Zeug. Ich nutze die Chance jetzt. Ähm... Dann mache ich jetzt mal alles raus. So. Die Seile raus. Die Nägel raus. Das machen wir auch mal raus. Benzin lasse ich auch mal da. So. Die lasse ich auch mal da. Beziehungsweise... Warte mal. Ja, ne. Komm, lass ich da. So. Äh... Okay. Dann haben wir noch... Stoff. Stoff. Zack, zack. So. Holz. Dann... Holz, Holz. Wow, Alter. Keine Äste mehr. Kein Holz mehr. Noch viel dramatischer. Ach so. Zack, 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 zack. So eine Katapult bauen übrigens. So. Und das noch. Weil wir sagen, die Ballisterbolzen. Die tun wir mal hier rein. Die brauche ich. Das Dinamit brauche ich auch nicht im Moment. So. Könnte haben wir nur noch Eisen. Und das packen wir jetzt auch mal schön brav hier rein. So. Gut. Du auch. So, schönes, leeres Inventar. Ich würde sagen, ich gehe da mal auf Farmtour. Mache ich mal die Falle leer. Dann hole ich Holz. Ich gucke, dass ich noch Eisen und Kupfer beibringe. Weil die Kupfer haben wir zwar jetzt noch ein bisschen was, aber... Ach, das haben sie auch neu. Wenn Gebäude zerstört werden. Schade eigentlich. Da liegen jetzt nicht mehr die Einzelteile auf dem Boden rum. Jetzt liegen hier so Kisten. Wie gesagt, schade. Ich fand es eigentlich gut. Das dann... Aber halt. Erinnert ihr euch noch, wo ich mir die Base zerlegt habe? In Staffel 2. Und wie das aussah, wo der ganze Gelumpf auf dem Boden lag. Und ein Trümmerfeld. Schade. Das hat mir eigentlich gut gefallen. Fand ich toll. Aber naja, gut. Vielleicht kommt es ja wieder zurück. Vielleicht wünscht es die Mehrheit der Community. Dass sie das dann wieder einführen. Ich fand es ja gut aus. Richtiges Schlachtfeld. Wenn da alles am Arsch war. So, Freunde. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die Geduld. Ihr wisst Bescheid. Lasst ein Abo da. Schreibt was in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Danke für die Geduld. Bye, bye. Tschüss.